Sinan, heute das erste Mal deinen Geburtstag feiern, mit wo seid ihr beide noch mal dran, um die Ruhe zu bewahren. Heute ruhig. Ich habe 27 Mal gefragt, was er für eine Pizza haben will und er meinte Spinat, aber es gibt keinen Spinat. Ich habe ihm jetzt alle Pizzen einmal vorgelesen, die da standen und dann sagte er zu mir, ja, er will Spinat. Ich so, Bruder, es gibt keinen Spinat. Ich bin wirklich von diesen Eigenmarken zu den Restauranten und ich bin dreimal hin und her gelaufen. Das ist kraftvoll. Wir sind bei dem Urlaub, du bist aber schön. Im Regen. Ja, das Schiff ist richtig. Wir haben ja echtes Licht. Titel 1. Oh, ich muss Bier hoch. Lass auf! Lass es auf! Nein! Der war so gut, der war! Ach! 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 Ich habe keine Ahnung, der Gap. Ich weiß nicht mehr. Naulapfel. Es gibt den Tisch. Was? Was war's? Was ist das denn? Maulapfel! Wie sollen wir das erkennen? Einfach, einfach, einfach den Eis weg. Ja, der war doch nicht da, das Eis. Der war nicht da! Einfach... Einfach den Eis weg. Ja, der war doch nicht da, das Eis. Der war nicht da! Einfach... Einfach... Jaaa! Jaaa! Kannst du mir... Moritz, wie konnten wir hier auch am Dienstag schon wieder landen? Ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Bier schon wieder viel zu lecker schmeckt. Ja, aber so ein faires 5 gegen 4 muss man halt auch einfach mal brechen. Ja, Rich, ey! Wir haben hier gerade Prüfung geschwommen. Wir haben jetzt unsere neue Leidenschaft für das Wasserball gefunden. Sein Stützpunkt. Hier, ZFH IFS. Und für unsere Wassersportkarriere. Die Sachen müssen ordentlich weggesperrt werden. Findest du es hier gruselig, Jona? Ein bisschen. So ist ordentlich weggepackt, oder? Ordentlich. Genau so ordnungsgemäß wegpacken. Ja, genau so. Traumhaft. Lieb dich im Weg. Hier haben wir da. Prost! Prost! Auf die bestandene Prüfung! Prüfung! Hier gibt es jetzt den berühmt-berüchtigten Arsch-Trick-Shot. Das hat man nochmal trunken. Oh, ja, da ist es! Ja, ich wollte locker! Schade, Jungs! Danke! Wir spielen hier Pferderennen. Jeder 5 Euro Einsatz. Kein Plan, was das ist. Irgendwas mit Benjamin Blütenpich. Der Blütenpich wird gewinnen. Zwei! Ja! Nein! Nein! Ja! Die Grünen! Wie steht's denn? Wer führt denn gerade? Also, Grünen sind... Oh! Oh, ja, ja! Ich wurde hier zurückgeschoben oder was? Ja! Ich glaube, es wurde gerade gezinkt und ich wurde einem zurückgelegt. Aber erster ist Rigglas gerade. Nein! Es läuft nicht gut. Es wurde von zwei Leuten eingeholt und von einem überholt. Nein! Ich habe was mit in der zweiten drüber ausgehört. Ja! Ja! Wie kann ich denn jetzt auf dem vorletzten sein? Schummen haben wir jetzt. Jetzt bin ich letzter? Ja! Nein! Wir finanzieren! Alles gut, Jungs. Dann war unser Geschenk von euch. Benjamin ist übel am chillen. Wenn sie dir eine bessere Geburtstagstorte vorstellen kann. Es gibt keine bessere. Lecker! Let's go! Ah, stark! Kupas will sie uns jetzt zeigen. Oh! Lustig! Ich bin zum Glück zu spät gekommen. Wie immer. Übelwindig, Junge! Das Bier ist übel zu kalt. Und ich glaube, Emilia schenkt uns jetzt richtig einen ein. Aber das Gute ist, sie denkt, Paul ist auch ein Pro. Aber der kann gar nicht. Und los geht's! Abzblock! Alter, die hat euch ja mal gerade sowas von nass gemacht! Scheiße! Ne? Ne? Was? Simon, gewinniere! Nein! 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 Der Feuerwehrmann, nein! Ich glaub's gar nicht! Anges! Ich glaub nicht, wir müssen uns nicht mehr machen. Ich vermisse dich jetzt! Hey, Janis! Nein! 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 Musik 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 Bei wem? Entschuldige Ah, da sind sie Musik Es war viel zu heiß Man wird gefahren durch Hannover Wir machen gleich Brust und dann Kopf Gleich mal eine richtige Kanne hinterher Ah Ach, ach, ach Ich richte die Krüse ran Aus seinem Kinn Ja, aber so mit Anspinnen Junge, der kann alles Könnt sich auch Ach, oh, ich kann mal Du könnt sich auch in College freuen Stark Hahaha Das ist gar nicht gut, ne? Ja Uff Hahaha Das ist ja gar nicht so geil Das ist ja gar nicht so geil Oder so Ich freu mich gar nicht an Jamis, meinst du, das Höhenbattle gewinnst du? Den stecke ich in die Tasche Alter, Fynn Fast beim Fenster Zwei Optionen Und dann wieder So kommt's Jo Alter Ich warte gleich In 3er Abgang Hahaha Vorteil ist nicht eh Aber hier Aber hier Stark Junge, Fynn Hahaha Gut vorgelegt, Herr Kiska Dankeschön Ich hoffe es reicht Aber Die Riesenstolze In dieses Battle Wir kennen schon Vom ein oder anderem Turnier Oh Oh Hast du gehört? Körperhaltung ist scheiße Die Körperhaltung ist nicht so schön Junge Ja, ich komm nicht ganz an den Boden Hahaha 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 Gutes Weg Das wird einfach gekontert Das ist genau richtig so Sidon, kennst du irgendwann nochmal einen Stopp? Ne Hahaha Das ist genau richtig so Nach dem Pilz Ist vor dem Pilz Hahaha Sagst du, wie schlägt macht es sich? Der Handstand wird gut Bisschen asynchron Jetzt kommt seine Schwäche Ja Macht er gut, macht er gut Ja Das klingt Ja locker Ja 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 Bravo Männer Saskia, was sagst du? Super Einfach super Amios Warte, ich wusste schon immer, dass mit dir ein Turnier ist Ey Junge, viel zu einfach Alter Letzter Unikurs Letzter Unikurs Jawoll Alles für den jungen Mann Ey, wir bringen ihn ins Studio Wuhu Elegant Boah, ist das clean! Boah, ist das clean! Jawoll Ja Maschine Junge, das sollte reichen Das ist das clean!